Hallo, Servus bei Monaco. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin hier in Luzern in der Schweiz und jetzt gerade eben im Schweizer Hof angekommen mit traumhaften Seeblick. Aber als allererstes fangen wir an mit einer Roomtour. Ich bin hier in Luzern. Ich packe schon wieder. Es geht zurück nach München. Wie schade. Ich habe mich hier richtig wohl gefühlt. Ich bin heute Morgen sogar im Bett aufgewacht und dachte, ich bin zu Hause. So bequem war es. Das ist mir noch nie passiert, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie aus der Seite raus, weil da geht es dann zu meinem Badezimmer zu Hause. Dabei lag ich ja seitenverkehrt hier im Hotel. Also es war echt ein schönes Gefühl, zu Hause zu sein und trotzdem auf Reisen zu sein. Ich verabschiede mich jetzt aus dem Hotel mit schweren Herzens, denn die Lage ist natürlich super. Draußen direkt vor der Tür, direkt kann man am See entlang gehen. Links ist Cartier, rechts ist Hermès. Also hier fühle ich mich einfach wohl. Das ist eine ganz, ganz schöne Gegend. Und hier verwaltet man auch sehr gerne. Das Personal ist super aufmerksam. Aber klar, fünf Sterne. Ich meine, das erwartet man in so einem Haus auch. Und meine Wartungen würden hundertprozentig erfüllt und sogar übertroffen. Ich hoffe, der kleine Einblick hier in den Schweizer Hof hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt mal durch und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.